Also, pass mal auf, wenn du mit mir nicht ins Bett willst, bist du selber schuld, ja? Aber ich zieh mich nur mal zum zweiten Mal aus, kapierst du? Ja? Ist einfach mal aus mit uns beiden, verstehst du? Arschloch, ja? Ich lass es nicht nochmal auf mir so sitzen, ja? Ich hab mir extra gewaschen, rasiert, ja? Und lass dir mal noch deinen Anzug und Krawatte an. Was willst du? Was ist mit dir los? Ja? Was bist du für einer? Rufst erstmal dauernd an, ja? Terrorisierst mich mit SMS, E-Mails und dann mach ich mich richtig schön für dich, ja? Und jetzt lässt du mich da stehlen, ja? Lässt du mich einfach so allein vorm Swimmingpool, ja? Was bist du für einer, ja? Mann, 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 Mann. Findest du lustig? Findest du richtig lustig, ja? Guck nicht so doof, mein Schnurrbart ist zwar kürzer, ja?